Ich bin Katja. Ich stecke in Schwierigkeiten. Tut mir leid, dass ich gelogen habe. Ich hatte Angst. Wo sind Sie jetzt? Ich bin im Wohnheim. Okay. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin gleich da. Na gut. Bitte beeilen Sie sich. Mailbox von die Eifrieder Haas. Nachrichten nach dem Piep. Ich habe Katja gefunden. Sie ist im Wohnheim. Sie steckt in Schwierigkeiten. Ich fahre jetzt zu ihr. Polizei, öffnen Sie bitte die Tür. Machen Sie auf oder wir kommen rein. Machen Sie gleich. Machen Sie bei dem Piep. Machen Sie. Machen Sie.